Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Alpers Meerwasser zu einer neuen Folge in der Serie Kurz Erklärt und heute versuche ich mich mal am Nitrat. Ja Leute, Nitrat. Grundsätzlich ist Nitrat ein Stoff, den wir a messen können und b, wo dran einiges festgemacht wird, was in meinen Augen heute nicht mehr ganz so zeitgemäß ist. Fakt ist, der Nitratwert zeigt uns an, wie viel Müll wir im Becken haben, weil Nitrat im Prinzip ein Abfallstoff ist, der von unseren Korallen und von unserer Biologie relativ schlecht benutzt werden kann. So, Hintergrund der ganzen Sache ist, wir haben, ich gehe mal kurz ein kleines bisschen in die Chemie rein, NO3. Das heißt, wir haben einmal N, N ist Stickstoff und O3 ist Sauerstoff. Das heißt also, ein Stickstoffatom an drei Sauerstoffatomen. Was unsere Biologie und unsere Korallen im Endeffekt verwerten können, ist das N, also sprich der Stickstoff in diesem Bereich. Aber um an dieses N dran zu kommen, muss im Prinzip der Sauerstoff abgetrennt werden. Und das ist ein Vorgang, der, ja, der im Bereich Denitrifikation, also wieder Rückgewinnung des Stickstoffes stattfindet, der bei uns im Becken, ja, nicht so stattfinden kann, weil wir die entsprechenden Bereiche nicht haben, beziehungsweise nur geringe Bereiche haben, die sowas können. An aerobe Bereiche, wo dann dementsprechend auch die entsprechenden Bakterien leben können, die das zurückbauen können. Mit den ganzen, ich sag jetzt mal, entsprechenden Totgesteinen, die wir heute haben, haben wir sowieso ein Problem, so einen Bereich aufzubauen, wo dann dementsprechend dieser Abbau stattfindet. Also lassen wir den Abbau erstmal außen vor, weil der findet bei uns im Becken nur minimalst statt. So, jetzt habe ich gerade eben ja gesagt, wir haben ein Abfallprodukt. Das heißt, es ist ein Produkt, was am Ende einer Produktionskette steht, oder einer Kette steht. Diese Kette, jetzt mal ganz grob gesagt, fängt an mit Ammonium, Ammoniak, NH3, NH4, geht weiter zum NO2, also zum Nitrit, und zu guter Letzt zum Nitrat, NO3. Das wird alles, mehr oder weniger, ist das die Reihenfolge, wie sich das umwandelt, wie Bakterien in unserem Becken hingehen und das Ganze umwandeln. So, jetzt haben wir natürlich, sorry, am Ende dieser Nitrifikationsketze ein Produkt stehen, was wir relativ schlecht wieder aus dem Becken herauskriegen. Zu dem Thema herauskriegen und Abbau kommen wir gleich. Kommen wir erstmal dazu, warum habe ich denn sowas am Ende? Das ist eigentlich, ich sage jetzt mal recht einfach erklärt, wenn ich vorne wenig habe, oder wenig einbringe, oder wenig überhabe, so muss ich sagen, wenig überhabe, was umgewandelt werden kann, kommt auch hinten weniger raus bei der Umwandlung. So, das heißt, ich muss einiges an Ammonium, Ammoniak haben, um Nitrit zu bekommen. Vom Nitrit her muss ich auch einiges haben, um anschließend Nitrat zu haben. Die genauen chemischen Zusammenhänge bin ich nicht der Mann für, aber so ist es grob dargestellt. So, jetzt ist es so, dass natürlich die Vorstufen des Ammonium, Ammoniak und Nitrit von unseren Korallen besser aufgenommen werden können. Warum, weshalb, wieso, wie gesagt, fragt mich nicht, ist so. Wobei, je weiter es vorne ist, desto besser geht es. Je weiter es Richtung Nitrat geht, wird es immer schwieriger, um es jetzt mal grob so darzustellen. Heißt also, wenn ich einen guten Besatz im Becken habe, der funktioniert, und habe den entsprechenden Besatz an Fische da drin, den ich füttern muss, bringe ich natürlich entsprechend Nährstoffe rein. Meine Fische haben natürlich auch Abfallprodukte, einerseits atmen sie, andererseits koten sie ins Wasser. Und all diese Prozesse, die wir da im Prinzip ans Laufen bringen oder versuchen ans Laufen zu bringen, sorgen dann dafür, dass wir entsprechende Produkte entweder nachweisen können oder nicht nachweisen können. Wenn ich jetzt, ich sag jetzt mal, ein funktionierendes System habe, bringe ich meinetwegen Futter ein, in einer gewissen Form. Ob das jetzt Frotzfutter ist oder Trockenfutter oder wie auch immer, ich bringe was ins System ein und das durchläuft die verschiedenen Stadien. So, meine Korallen wollen aber jetzt im Endeffekt hingehen und auch was davon abhaben. Das heißt, sie nehmen sich das, was am besten verfügbar ist, sprich die Vorstufen. So, sollten jetzt meine Korallen, ich sag jetzt mal, gesättigt sein und es bleibt im Endeffekt was von den Vorstufen über, wird das in die nächste Stufe umgewandelt. Also nicht nacheinander, so nach dem Motto, wir stellen uns jetzt der Reihe nach an. Du kommst jetzt nicht mehr rein und aus dir machen wir dann jetzt das nächste. Das ist ein parallel laufender Prozess, so muss man sich das vorstellen. Das heißt also, unsere Korallen nehmen was auf und gleichzeitig wird auch dementsprechend Material umgesetzt von über auf. Also vom Ammonium, Ammoniak zum Nitrit, zum Nitrat. Und je mehr dann dementsprechend von dem, ich sag jetzt mal, schnell verfügbaren und gut aufnehmbaren Material durch unsere Korallen und durch unsere Biologie aufgenommen wird, desto weniger kann dann dementsprechend auch umgewandelt werden. Also sprich, kommt dementsprechend weniger Müll hinten raus. Was heißt das jetzt im Endeffekt für uns? Mehrere Konsequenzen hat das. Einmal natürlich, ich muss angepasst füttern. B, ich muss einen entsprechend angepassten Fischbesatz haben. Aber was genauso wichtig ist und was ich auch immer beim Einfahren etc. predige, schnelles Umsetzen des entsprechenden Materials. Also wir brauchen Verbraucher im Becken. Die, die das Material herausziehen aus dem Wasser, damit die entsprechende Kette nicht dementsprechend so viel Material hinten rausschmeißen kann. Und da liegt dann auch der Hase bei uns im Pfeffer. Wenn diese Kette in irgendeiner Form unterbrochen ist, weil unsere Korallen meinetwegen durch einen falschen pH, durch einen zu hohen pH oder pH-Schwankungen oder ähnliches gestört sind oder gestresst sind, nehmen sie dementsprechend diese Nährstoffe nicht auf und diese Nährstoffe wandern in diese Kette herein. Und hinten raus kommt das, was wir nicht haben wollen, das Nitrat. Jetzt ist es im Endeffekt so, dass das Nitrat in Verbindung mit dem Phosphat, mit einem zu hohen Phosphatwert oder und noch anderen Kleinigkeiten im Hintergrund natürlich dazu führen kann, dass wir einen extremen Algenwuchs bekommen und und und. Ich selber habe momentan bei mir im Becken zum Beispiel einen Nitratwert von 50 Milligramm. Das ist scheiße viel. Aber ihr seht mein Becken selber im Hintergrund. Es sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, aus dem ganz einfachen Grund, weil dieses Nitrat erstmal nicht wichtig ist für unsere Korallen, weil unsere Korallen sagen, was will ich mit dem Zeug, kann ich eh nichts mit anfangen. Aber warum habe ich denn jetzt so viel Nitrat in meinem Becken? Und da kommen wir jetzt zu den, ich sage es mal, zu den Bereichen, die ich vermeiden kann, die ich vermeiden sollte und das werde ich euch jetzt etwas genauer erklären. So, jetzt haben wir ja gesagt, A, wenn das Material durch unsere Korallen nicht aufgenommen werden kann oder wird, oder es zu viel ist, wird es umgewandelt. So, diese Umwandlung findet an speziellen Bereichen statt, die wir nach Möglichkeit, ja, ich sage mal, so klein wie möglich halten sollten. Es handelt sich dabei um diese sogenannten Schmodderecken, Gammel-Ecken, wo wenig Strömung herrscht, wo im Prinzip unser übergebliebenes Futter, was wir vielleicht zu viel gefüttert haben, hingetragen wird, sich ablagert und dann entstehen solche, ja, in Anführungszeichen Depots, beziehungsweise solche Ecken, wo das Material umgesetzt wird. Das heißt, wenn wir solche Stellen vermeiden können, dadurch, dass wir genügend Strömung überall hinbringen, also nicht nur oben auf dem Riffdach, damit unsere Korallen schön beströmt werden, sondern auch überall, also sprich hinterm Riff, unterm Riff, dass wir da alles beströmen und diese Ecken so wenig wie möglich halten, unterbrechen wir, beziehungsweise, ja, ich sage mal, haben wir diesen Bereich, wo sowas schneller umgesetzt werden kann, erstmal kleiner gehalten. Das heißt, unsere Korallen hätten in dem Moment mehr Zeit, das Material aufzunehmen und somit wird das, was hinten rauskommt, weniger. Stellen, die das Ganze auch noch begünstigen, und das habe ich schmerzlich erst jetzt neulich erfahren müssen, sind unter anderem auch Schwämme. Ja, ich habe immer gepredigt, wenn ihr Schwämme einsetzt, dann reinigt die euch oft genug. Zwei, ein oder zweimal die Woche. Ja, habe ich nicht gemacht. Meine Filtercups hatte ich unten, so hohe Schwämme drin, und in diesen Schwämmen findet auch dementsprechend dann eine entsprechende Umwandlung statt. Und zwar so schnell, dass mehr umgesetzt wird in den Schwämmen, als wie die Korallen oben, ich sage mal, aufnehmen können. Das geht in solchen Schwämmen sehr viel schneller, dass dort Material umgesetzt wird, also vom Ammoniak in Nitrit zum Nitrat. So, und das hier, das letzte, das Nitrat, Entschuldigung, das Nitrat können unsere Korallen nicht verbrauchen. Das heißt, wenn wir solche Ecken haben oder solche Stellen, Gammel-Ecken oder Schwämme, die wir lange Zeit nicht ausgewaschen haben oder einfach vergessen haben, die setzen uns das Material um und das, was hinten rauskommt, steigt schneller. Und wir können es im Prinzip nicht abbauen. Zum Thema Abbau kommen wir gleich, beziehungsweise was wir da für Möglichkeiten haben. Heißt im Endeffekt, unsere Korallen leiden unter anderem an Unterversorgung. Auf gut Deutsch gesehen, wenn wir es jetzt von der chemischen Formel her sehen, an Stickstoffmangel. Das heißt, ich müsste den Korallen Stickstoff zuführen, damit dann dementsprechend genug wieder da ist. Ihr merkt, das ist eine never-ending story. Einerseits habe ich die Schwämme drin, die ganz schnell alles umsetzen und mir mein Abfallprodukt vor die Nase werfen. Und zum anderen brauchen meine Korallen ja dementsprechend auch das Material, was diese Schwämme da unten schon längst umgesetzt haben. Somit leiden meine Korallen an einem Stickstoffmangel, beziehungsweise an einer Unterversorgung. Es ist immer natürlich irgendwas im Wasser, was die in irgendeiner Form aufnehmen können, aber das, was wirklich bioverfügbar, beziehungsweise schnell aufgenommen werden kann, wird durch solche Gammel-Ecken und durch die Schwämme ruckzuck schneller umgesetzt, als wie die Korallen es aufnehmen können. Also, sagen wir mal so, ihr habt meinetwegen einen Pinzettfisch im Becken. Und ihr wisst, diese Pinzettfische sind nicht gerade die schnellsten. Und ihr habt einen ganzen Schwarm Antjas oder Kromis im Becken. Ich schmeiße das Futter rein. Und die Antjas und der Kromis, sage ich jetzt mal, sind meine Schwämme. Die stürzen sich auf das Futter wie so ein kleiner Wirbelsturm. Ich schmeiße es rein, ruck, alle hin. Der Pinzettfisch guckt sich das aus der Entfernung an. Er sagt, ja, ich gucke mal, was überbleibt. Und wenn mir was vor die Nase kommt, dann schnappe ich zu. Und genau nach dem gleichen Prinzip könnt ihr euch das vorstellen. Schwämme, Korallen. Die Schwämme sind meine Kromis. Die Korallen sind mein Pinzettfisch. Daher muss man halt schauen, dass solche Stellen, Gammel-Ecken, Schwämme aus dem Becken entfernt werden. Oder natürlich wirklich regelmäßig gereinigt werden. Hätte ich das mal gemacht. Dann hat man auch mehr Nährstoffe für die Korallen, die die Korallen brauchen und umsetzen können. Wenn ich solche toten Stellen vermieden habe, dann kann auch die Koralle sagen, okay, ich fange dann jetzt mal damit an und nehme dann das, was ich brauche, nehme das, was ich brauche, weil es erst mal länger verfügbar ist. Und somit hätte ich das Problem, was dann hinten rauskommt, erst mal reduziert. Und das ist das, was wir eigentlich wollen. So, kommen wir jetzt zu der Möglichkeit, wie ich mein Nitrat aus dem Wasser herausbekomme. Zum einen ist es natürlich möglich, das Ganze über entsprechende Filterungen herauszubekommen. Das ist aber schon wieder ein Bereich, der wirklich ins Fachspezifische reingeht. Da muss man wirklich einiges von der Biologie wissen, wie man die entsprechenden Bakterien da drin füttert, wie stark der Wassersurchfluss ist und, 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 und. Das ist nichts, was man mal eben aufsetzt, weil, ich sag mal, so ein Nitratfilter, sag ich jetzt mal, ist ein Bereich, diese Biologie, die sich da drin aufbaut und am Leben erhalten werden muss, ist recht komplex und dauert auch ziemlich lange, bis der tatsächlich das tut, was er soll. Und das tut er auch nur langsam. So, streichen wir das erst mal. Es gibt diese Filter, aber sie sind in meinen Augen echt schwer im Betrieb zu halten. Die nächste Möglichkeit ist der einfache, schlichte Wasserwechsel. Mit einem Wasserwechsel hole ich prozentual die Menge an Schadstoffen oder an entsprechend belasteten Wasser aus dem Becken heraus, die ich auch wechsle. Also, ich sag jetzt mal, bei einem fiktiven Nitratwert von 100, ich mache 20% Wasserwechsel, reduziere ich um 20%, also bleiben von den 100 noch 80 übrig. Dementsprechend müsst ihr das für euren Bereich ausrechnen. Das ist die effektivste Methode, das Nitrat aus dem Wasser herauszuholen. Es erst gar nicht entstehen zu lassen, ist natürlich dann auch in Hinsicht einmal das, was ich eben schon gesagt habe, keine Gammel-Ecken, keine Schwämme. Und der wichtigste Punkt natürlich, die entsprechend eingesetzte Technik. Ich kann die entsprechenden Vorstufen des Nitrats in biologischer Form aus dem Wasser herausziehen. Das heißt, das, was dann im Endeffekt hinten rauskommt, ist weniger. Das heißt, einerseits verbrauchen meine Korallen das Material. Zum Zweiten kann ich mit meiner Technik, also zum Beispiel mit meinem Abschäumer, hingehen und dementsprechend die Vorstufen herausziehen, sodass die Kette dann auch wieder weiter reduziert wird. Das heißt, das, was im Endeffekt hinten rauskommt, ist dann weniger als das, wenn ich keine Technik einsetze. Es muss dann dementsprechend umgesetzt werden, rausgezogen werden. Ja, ich glaube, ich habe das jetzt oft genug gesagt, dass wenn man vorne weniger hat, dass man hinten auch weniger rausbekommt. Ja. Also ihr seht, es gibt da mehrere Möglichkeiten, aber die beste Möglichkeit ist und bleibt natürlich immer noch der Wasserwechsel. Und beim Wasserwechsel müsst ihr euch natürlich dementsprechend darauf, ja, müsst ihr schauen, ist es machbar? Was passiert mit meinen anderen Werten? Was passiert mit meinem KH? Was passiert mit Kalzium, Magnesium, Phosphat? Auch das wird dann dementsprechend alles, was dann dementsprechend runtergezogen werden soll oder nicht runtergezogen werden soll, wird runtergezogen durch einen Wasserwechsel. Weil unser Ausgangswasser sollte ja dementsprechend vernünftig sein. Angepasst auf das, was wir brauchen. Also sprich, zumindest vom Kalkhaushalt her, der jetzt erstmal uninteressant ist, den haben wir natürlich sowieso im Blick. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch einen Wasserwechsel mache von 20 Prozent, ziehe ich natürlich auch 20 Prozent mein Phosphat nach unten. Weil ich bringe ja eigentlich durch den Wasserwechsel kein neues Phosphat rein. Ihr merkt, worauf das hinausläuft. Wenn ich natürlich jetzt einen extrem hohen Nitratwert habe und einen extrem niedrigen Phosphatwert, muss ich natürlich im Umkehrschluss gucken, dass ich das dementsprechend dann wieder ausgleiche. Ich muss es zudosieren. So, und wenn ich dann so Sachen habe, wie ich das jetzt hier hatte, dass ich Nitratschleudern im Becken hatte, die mein entsprechendes Material schnell umgesetzt haben und meine Korallen oben hier und da schon blass wurden, weil sie zu wenig Futter gefunden haben, also zu wenig Stickstoff, muss man im Umkehrschluss sogar hingehen und dann Stickstoff wieder zufüttern. Obwohl man ja eigentlich das Endprodukt, was da hinten rauskommt, eigentlich gar nicht haben möchte, aber es muss dann so zugefüttert werden, dass es die Korallen auch schnell aufnehmen können. Und das sind zum Beispiel bioverfügbare Stickstoffe. Aber da reden wir jetzt lieber nicht drüber, weil das geht mir zu sehr ins Detail. Da bin ich nicht der richtige Mann für. Ja, jetzt habe ich natürlich viel und einiges erzählt und alles in allem machen wir nochmal eine kleine Zusammenfassung. Grundsätzlich ist es so, Nitrat ist ein Abfallstoff am Ende der Nitrifikationskette, den wir messen können. Also Ammonium, Ammoniak, Nitrit, Nitrat, das ist unsere entsprechende Kette. Das, was hinten rauskommt, ist schwer abzubauen. Das können wir halt nur dementsprechend aus dem Wasser herauskriegen, wenn wir im Vorfeld in die entsprechenden Vorstufen eingreifen. Dadurch, dass die Korallen das aufnehmen, dadurch, dass ich das mit meiner Technik heraushole. Und sollte ich die Problematik haben, dass ich einen zu hohen Wert habe, kann ich effektiv tatsächlich nur mit Wasserwechsel arbeiten. Oder für die, die es tatsächlich können und wissen, wie es geht, kann dann dementsprechend diese Nitratfilter einsetzen. Aber wie gesagt, da bin ich kein Freund von und da kann ich euch auch nicht wirklich was zu erzählen. Ja, alles in allem ist es das, was ich so im Endeffekt vom Nitrat her weiß und auch hier und da jetzt in letzter Zeit dazugelernt habe. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze ein kleines bisschen näher bringen. Sollte noch irgendwas falsch gewesen sein oder ihr noch was ergänzen wollt, schreibt es ruhig runter in die Kommentare. Ich bin da für jeden Vorschlag und ähnlichen offen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, wann auch immer. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video seht. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Viper. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.